Ja, hallo, schön, dass du da bist. Also ich bin Sebastian, bin Imkermeister, bin Erwerbsimker und genau um dieses Thema geht es in diesem Kanal, sprich um Imkern, wie entsteht Honig, welche Schritte sind dafür notwendig. Also wenn du Imker bist oder Konsument und uns über die Schultern schauen willst, dann bist du hier genau richtig und abonnierst den Kanal und wir sehen uns.